Ist doch nicht wirklich groß hier. Du hast eine scheißrote. Tut mir leid, wenn ich dazu sagen muss. Ach, Junge! Alter, wie fährst du denn? Dankeschön. Ah! Achso, darf ich jetzt hier noch rumdüsen, oder was? Ist hier noch irgendwas, wo man irgendwie so was kaputt machen kann? Ich glaube nicht, ne? Hier bei der Anfall? Ja, verziehen wir uns einfach mal. Ich hoffe mal, dass es das alles hier war. So, und da können wir auch schon direkt ins nächste reingehen. Nämlich hier. Hier weiß ich schon gar nicht mehr, was es war. Oh nein, das ist das, was ich... Oh nein! Hier gibt's, glaube ich, noch einen Könnerpunkt. Einen großen Haufen kriege ich. Bist du bereit für das Rennen? Eww. Super! Verliere nur nicht, sonst wird meine Zunge zum Eis zapfen. Oder ich muss hier noch nichts machen. Ähm. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Ich möchte erstmal Edelsteins sammeln. Puh! Ja, das war ein super Respawn. Das muss ich echt sagen. Ah, da unten war auch was Gefahren. Hä? Ich bin mir echt ein bisschen verwirrt. Ah, den einen hatte ich nicht gekriegt. Oh, kein Sparks mehr. Super, da macht das Einsammeln hier richtig Spaß. Da war noch einer. Da war noch einer. Da habe ich nicht früh genug. Ach. Ach, man. Yo. Das ist so gut, ne? Aha. Genau, ich wollte jetzt unten langdüsen. Na, alle kriege ich hier nicht. Ah, dran vorbeigefahren. Super. Oder war der Zweier, der ich schon wieder verpasst habe? ein Einer. Ein Zweier. Yo. Oh, wenigstens nicht so'n tollen Respawn-Punkt wie eben, ey. Ach, nee. Gut. So. Oh. Mal sehen, ob man das hinkriegt, ne? Mal sehen, ob man das hinkriegt, ne? Hey, 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 hey. Maaannn, warum machst du denn keine Tricks? Huiuiuiui. Super, super, nein. Ja, natürlich. Kann ich aber hier Rennen beenden? Dankeschön. Achso, warum kann ich denn noch? Ich möchte gerne am Rennen teilnehmen. Dankeschön. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay, das war schon mal bisher ganz gut. Natürlich. Oh, oh, ist das ein schlechtes Spiel. Alter. Das kann doch nicht sein, ey. Kann man das so behindert programmieren, dass der denkt, dass ich unten auf der Strecke bin? Ich bin sehr leise, ich weiß, aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Oh, 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 oh. Puh. Das war knapp durch. Hat mir gerade einer reingefahren? Okay. Also, das war mir nicht. Oh, oh, oh. Oh. Jetzt ist mir gerade mal. Das war jetzt schon mal. Also, ich bin nicht mein Kehr. Oh, da war nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war nicht so gut. So, wo ist der erste? Nach vorne. Ja. Das kriege ich aber nicht. Schade. Oh ne, das war der dritte. Ah, okay. One more time. So, wo so viele von diesen blauen Dingern mitnehmen, wie möglich. Ich muss jetzt immer ein paar kleine Sprünge machen. Ich bin jetzt schon dritte. Puh, das war wieder sehr knapp. Achso, ich hab das Ding schon verschossen. Uh, monso neus. Ah, verschossen. Schossen! Oh, da vorne ist er schon. Scheiße. Ne, krieg ich nicht. Och, Mann. Ja, nochmal. Ja, nochmal. Okay, wenn ich das jetzt nochmal so schaffe... So komplett durch zu boosten, das wäre das gut mega cool. Das ist aber nicht so geil. Weil ich den Absprung nicht richtig hatte, eh. Oh, fuck, hätte der eine getroffen und hätte es geschafft. Genauso schlecht wie eben, ey. Nochmal. Mal.